Shepard, hören Sie mich? Commander! Eddie, kriegen Sie das klarer? Ich tue mein Bestes. Waren Sie in den Archiven? Ja, war ich. Und der Unbekannte auch. Ich hatte Cerberus Aktivität befürchtet. Haben Sie die Daten? Einen Großteil. Einiges hatte er bereits runtergeladen. Eddie und Liara analysieren jetzt, was wir haben. Was haben Sie erfahren? War es die Mühe wert? Anscheinend handelt es sich um den Bauplan für ein proteanisches Gerät. Gerät? Eine Waffe, riesengroß und enorm mächtig, die zu unermesslicher Zerstörung fähig ist. Schicken Sie die Daten. Wir machen selbst eine Analyse. Wenn Liara recht hatte, können wir damit die Reaper aufhalten. Hoffentlich. Major Alenko wurde schwer verletzt. Wir bringen ihn zur Citadel. Das tut mir leid, Shepard. Aber wir wissen beide, das ist erst der Anfang. Reden Sie mit dem Rat. Zeigen Sie ihm Ihren Fund. Mit etwas Glück bekommen Sie die nötige Hilfe. Und wenn nicht? Tun Sie alles, um sie an Bord zu holen. Ich melde mich. Hecate, Ende. Commander. Eddie extrahiert Daten aus der Cerberus-Maschine. Bis wir die Citadel erreichen, liegen uns Details vor, die wir dem Rat präsentieren können. Und Major Alenko? Ich habe getan, was ich konnte, aber wir müssen ihn rasch in eine medizinische Einrichtung bringen. Der Admiral hat recht. Es wird schlimmer, oder? Ja, außer wir halten die Reaper auf. Den Daten nach könnte diese Waffe die Antwort sein, falls wir sie bauen können. Aber ich spüre, dass Sie nicht daran glauben. Ja, Mensch. Wir wissen nicht mehr, ob es wirklich eine Waffe ist. Sie haben nicht gesehen, was Sie mit der Erde gemacht haben. Wie soll eine Waffe Sie aufhalten? Welche Optionen haben wir? Sie wissen, dass wir konventionell nicht gewinnen können. Commander? Ist es nicht zumindest den Versuch wert? Ja. Ich sehe mal nach Kaidan und James. Wir müssen bereit sein, unsere Funde dem Rat zu präsentieren. Der Rat wird bestimmt einsehen, dass er helfen muss. Wenn nicht, wird das ein verdammt kurzer Krieg. Naja. Der Rat. Ich habe meine Zweifel, dass der sofort auf uns hört. Ach ja, die Citadel, immer wieder ein schöner Anblick. Ich habe kaum einen Puls. Abtransport. Wohin bringen Sie ihn? Huerta Krankenhaus. Das Beste auf der Citadel. Kommen wir nicht mit? Wir müssen unbedingt zum Rat. Stimmt. Sieht aus, als will da jemand zu Ihnen. Commander Shepard. Ich hörte von Ihrer Ankunft. Ach, er. Captain Bailey. Schön, Sie wiederzusehen. Sie auch. Aber es ist jetzt Kommando. Glückwunsch. Ah, danke. Ich muss mich jetzt mit Politikern herumärgern und Abgesandte eskortieren. Nicht für ungut. Schon okay. Sind Sie hier, um uns zum Rat zu bringen? Ich soll Ihnen sagen, dass der Rat Sie erwartet, aber mit eigenen Problemen beschäftigt ist. Wegen des Krieges und so. Sie bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Bla, bla, bla. Sie treffen Sie in Odinas Büro, wo Sie bald sein werden. Okay. Sie hätten vorher noch Zeit, ins Krankenhaus zu gehen und dort den aktuellen Stand zu erfragen. Danke, das ist wirklich eine gute Idee. Das mache ich vielleicht. Nur zu, ich gehe schon mal vor zu Odinas Büro. Einer meiner Männer führt Sie hin. Sie? Ich bin heute nur Tourist und versuche keinen Ärger zu machen. Commander, wir haben ein Problem in den Botschaftsquartieren und könnten Ihre Hilfe brauchen. Ich komme sofort. Das gehört auch zum Job. Wir sehen uns dann, Shepard. Sicher. Gott, bin ich froh, wieder Touriana zu sehen. Meine Lieblingsrasse hier. So. Okay, jetzt erstmal orientieren. Ah, hier die Keeper. Ich habe noch nie einen Keeper einfach rumlaufen sehen. Okay. Ey, das sieht so geil aus. Man sieht, wie viel mehr als früher. Okay, der erste Einsatz ist irgendwo in der Nähe von Pelle. Berichten zufolge sind die Kommunikationsmittel dort ziemlich unzuverlässig. Dann hinterlasse ich Videonachrichten. Das kannst du auch tun. Na ja, also Sie haben gesagt, wir sollten wegen der möglichen Signalüberlastung besser überhaupt keine Nachrichten schicken. Sie wollen, dass die Daten über den Krieg durchkommen. Deswegen zählt jedes Datenpaket. Und wie soll ich dann mit dir reden? Ach ja, schön. Ähm. Ja. Hier waren das Mann und so weiter. Der Keeper erzählt mich total, dass er hier rumläuft. Ähm, ich kann nicht sagen, wann unser Einsatz beginnt oder wo oder warum. Aber Sie sind auf der Normen, wie richtig? Ich habe Sie am Doktor gesehen. Und zuletzt war sie auf der Erde. Ist Commander Shepard entkommen? So ist es doch, stimmt's? Also, warum sollte sie hier sein, wenn Sie mich zum Rat wählen? Ähm, ich darf darüber nicht sprechen. Ich will schon reden, wird sie mit mir. Was geht hier vor? Commander, Sie habe ich gesucht. Diana Alice, Allianz News Netzwerk. Wir könnten einander helfen. Ich komme nicht gerade gut mit Reportern zurecht. Und das macht sie beim galaktischen Publikum eher unbeliebt. Es lässt sich aber ändern. Ich bin Militärreporterin für die Show Battlespace. Wir werden auf fast allen Ratsplaneten gesehen. Meine Produzenten wollen, dass ich auf ein Menschenschiff gehe und ich will auf die Normen gehen. Warum sollte ich das wollen? Kriege können im Schneideraum gewonnen oder verloren werden. Und dieser Krieg muss gewonnen werden. Ich habe eine Sicherheitsfreigabe der Allianz und arbeite ohne Team. Sie bekommen ein Veto-Recht gegen meine Berichte. Kommen Sie damit zurecht oder muss ich weitersuchen? Naja, wenn wir uns das für angucken wollen. Wir können es ja mal versuchen. Sagen Sie Ihren Produzenten, ich bin einverstanden. Mal sehen, wie es funktioniert. Melden Sie sich schnellstmöglich auf dem Schiff. Noch Fragen? Wie viel Platz bekomme ich? Eine Kiste von... Zu Befehl, Commander. Mehr hätte ich dir auch nicht gegeben. Ah ja, wollen wir mal... Kriegsaktivist posten. Ja, wir müssen halt nun mal uns ein bisschen gutstellen mit jedem. Weil wir müssen ja alle auf unserer Seite kriegen, dass sie uns gegen den Krieg, gegen den Reaper helfen. Also, möglichst freundlich sein. Ich bin gerade überlegen, ob ich die Session jetzt noch weitermache oder jetzt mal langsam Pause mache. Aber, äh... Hallo, ein Suchti versucht aufzuhören, das ist so gut wie möglich. Ich drücke immer noch auf E. Oh. Oh, das sieht mal so ein Krankenhaus. Das ist alles so schön neu. Oh. Da geht halt richtig das Herz auf. Oh, das sieht wirklich angenehm aus. Die Schwester hat mir erzählt, dass sie das Baden verweigern und nur mit einer anderen Asari sprechen wollen. Richtig. Kann ich eine Waffe haben? Nein, tut mir leid. Könnte ich dann vielleicht in ein anderes Krankenhaus verlegt werden? Eins ohne Sicherheitszone. Dort wäre eine Waffe doch kein Problem, oder? Und keine Menschen. Wo immer sie mich hinschicken, es sollte dort keine Menschen geben. Die Menschen sind unsere Verbündeten. Sie trauen ihnen nicht? Nein, darum geht es nicht. Ich... Wie sehen meine Augen aus? Welche Farbe haben Sie gerade? Vielleicht sollten Sie mir einfach erzählen, was passiert ist. Ich glaub, die hat eine Menschenphobie. Oh, Chakwas. Ich arbeite in einem Labor der Allianzforschung im Shorterbezirk, direkt unter Admiral Hackett. Ich hörte, Sie seien von der Erde entkommen und hätten einen Schwerverletzten. Ich kam so schnell ich konnte. Es ging gegen ein synthetisches Wesen von Cerberus. Kaidan hat's schwer erwischt. Wie geht es ihm? Sehr gut, angesichts der Umstände. Major Alenkos Belastbarkeit und Dr. Michels Fähigkeiten sind beeindruckend. Ich wünschte, ich hätte auf dem Mars helfen können. Ja, eigentlich gehört sie auf die Normandy. Ihr Platz ist auf der Normandy, nicht in einem Labor. Ganz Ihrer Meinung. Ein Wort von Ihnen und ich bin dabei. Na klar, kommen wir zurück. Ey, Chakwas, die war schon im ersten Teil dabei. Die gehört dazu. Die Normandy wäre ohne Sie nicht dieselbe, Doktor. Holen Sie Ihre Sachen. Andockbucht D24. Eher wohl, Commander. Und danke. Danken Sie mir nicht so früh. Joker ist auch noch an Bord. Und er nimmt bestimmt seine Medikamente immer noch nicht richtig. Ach ja, wie will all die Crew zusammenbasteln. Commander Shepard, schön Sie zu sehen. Dr. Michel, es ist lange her. Die kleine Klinik in den Bezirken haben Sie weit hinter sich gelassen. Danke Ihnen. Sie haben sich um Fist und seine Schläger gekümmert. Wo ich sonst wohl wäre. Jetzt bin ich Chefärztin einer Präsidiumklinik. Sie gaben mir diese Chance. Sie sind sicher wegen Major Alenko hier. Oh Gott, die ist auch noch aus dem ersten Teil. Die habe ich ja gerade echt nicht erkannt. Und gut, dass sie es immer noch so nebenbei erwähnen, woher man ihn kennt. Ich wüsste das alles nicht mehr. Naja, ist der denn okay? Hoffentlich. Ich mag ihn zwar nicht, aber er muss er nicht gleich sterben. Wie geht es Kai dann? Schweres Kopftrauma, aber wir konnten die Schwellung reduzieren. Bei solchen Verletzungen weiß man nie. Er ist noch ohne Bewusstsein, aber seine Vitaldaten sind gut. Ich bin optimistisch. Sie können zu ihm, wenn Sie möchten. Am Ende des Ganges. Flüchtlinge. Sind da noch andere Flüchtlinge angekommen? In diesem Krieg werden viele Verletzte obdachlos. Können die Citadel-Kliniken sie alle aufnehmen? Bis jetzt geht's. Aber alle Citadel-Krankenhäuser bereiten sich auf das Schlimmste vor. Die Docks werden zwar streng überwacht, aber wir können die Leute nicht ewig da draußen lassen. Ja, vor allem müssen denen noch geholfen werden. Haben wir jetzt auch genug Vorräte? Wie steht's mit Ihren medizinischen Vorräten? Im Moment noch gut, aber ich mache mir in der Tat Sorgen um die Zukunft. Unsere Reserven werden zwar bewacht, aber die Kriegsgewinnler sind schon unterwegs. Ja, wenn Krieg herrscht, dann rennen die schon mal Krankenhäuser ein. Bei einer so großen Einrichtung haben Sie sicher viele untergeben. Wir haben zwölf Vollzeitärzte und mehr als 50 Pflegekräfte. Ziemlich überwältigend. Ganz anders als früher in den Bezirken. Ja, da warst du die Einzige. Machen Sie weiter so, Doktor. Sie auch, Commander.